Herr Friedberger, die erste Runde in diesem Relegationsrennen geschafft. Was geht Ihnen vor? Unglaubliche Freude. Ich bin total stolz auf unsere Mannschaft, auf den Verein. Es war ein Stück Arbeit. Vor der Saison hat es keiner von uns erwartet. Aber, wie gesagt, wir haben jetzt das erste Spiel gewonnen. Es ist noch ein weiter Weg. Noch einen Schritt müssen wir tun, einen großen Schritt. Und dann haben wir vielleicht das geschafft, wovon viele hier im Verein träumen oder zunächst mal träumen gewagt haben vor der Runde. Aber ich glaube, mit dem Team, mit der Mannschaft, mit dem ganzen Team drumherum haben wir am Wochenende eine große Chance, dann auch das letzte Spiel der Saison zu gewinnen. Zum Spielverlauf. War es so, wie Sie sich das ausgerechnet hatten? Ja, es war so, wir wussten, dass Öschelbronn wahnsinnige Qualität nach vorne hat. Wir wussten, dass er sehr gute Standards spielen. Das hat man auch gesehen im Spiel. Es waren einige brenzige Situationen zu überstehen. Aber die Mannschaft hat es sehr gut verteidigt, hauptsächlich auch über die Außenposition, wo Öschelbronn immer sehr viel Druck und Dampf entwickelt hat. Aber die Mannschaft hat es insgesamt gut verteidigt und hat dann auch in der Verlängerung, glaube ich, einen Tick mehr Wille, einen Tick mehr Einsatz gezeigt und deswegen auch zu Recht noch die zwei Tore gemacht. Der Schlüssel zum Sieg heute? Der Schlüssel zum Sieg war heute die Mannschaft, also die Mannschaft in Geschlossenheit, glaube ich, das Unbedingte gewinnen wollen. Das hat man gespürt, das hat man die ganze Woche gespürt, das hat man heute vor dem Spiel gemerkt. Im Spiel hat man es gemerkt und das, glaube ich, war der Schlüssel zum Sieg, dass jeder eben für den anderen sich aufgeopfert hat und keiner zu schadet war, für den anderen Wege zu machen. Nächste Woche oder am Wochenende Pflegen als Gegner. Was meinen Sie, ist das zu packen? Pflegen hat eine sehr robuste Mannschaft, körperlich sehr präsent, sehr stark. Auch bei Standards, bei Freistößen und Eckbällen, da müssen wir auch wieder sehr bewachsam sein und sehr auf der Hut sein. Aber ich glaube, dass wir ein Rezept dagegen finden werden und vielleicht am Ende dann als glücklicher Sieger vom Platz gehen werden. Man wird es sehen, in einem Spiel, da kann sich eben alles entscheiden. Und man muss einfach mal gucken, dass wir am Ende vielleicht der glücklicher Sieger sind, am Wochenende. Herr Friedberger, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank.